In der heutigen Minecraft-Challenge reiten wir auf dem Enderdrachen. Erfa und ich versuchen Minecraft durchzuspielen, bekommen aber einen eigenen Enderdrachen als unser Haustier. Dieser kann wie der ganz normale Enderdrache durch Blöcke fliegen, welche außerhalb vom End auch zerstört werden. Zudem werden Mobs und Spieler in der Nähe in die Lüfte geschleudert und ab und zu in random Abständen kommt auch mal ein Drachenatem geflogen. Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Video. Okay Erfa, wir gehen dann jetzt ein bisschen Holz holen würde ich sagen und dann holen wir uns unser Privathaus hier, den Enderdrachen. Was hältst du für eine Idee? Erstmal Holz holen, bevor der hier irgendwas kaputt macht. Also wir müssen auf jeden Fall sehen, wie wir Essen kriegen. Wir müssen auch, weil wir in der 1,15,2 sind, müssen wir auch im Dorf traden. Und ich würde sogar sagen, das können wir natürlich auch machen oder wir ertränken sie. Ich würde auch sagen, dass wir heute ausnahmsweise mal ein bisschen auf Dias gehen, denn wir können überall durchfliegen. Ich habe schon ein bisschen Essen gefahren. Das ist sehr gut, ich farme uns jetzt den Enderdragon, oder? Ich spawne ihn einfach mal hier und zack! Da ist unser ganz privater Enderdrache. Ja, hallo! Direkt was kaputt gemacht. Der ist ja saulaut. Der ist super süß. Bei mir wird jetzt feindliche Kreaturen gelegt. Holy shit, ich sitze irgendwie drin. Ich sitze nicht so richtig drauf. Doch, jetzt! Man muss ein bisschen fliegen. Ich fliege schon! Ey, wart auf mich! Tschüss! Warte! Nein! Ey, ich habe Fische! Du hast Fische, das ist ein Argument. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und anhalten! Ich halte an! Ich mache ein bisschen hier kaputt. So! Boah! Bist du in der Nähe? Okay, warte! Komm mal, komm mal, ich gebe dir mal ein paar Fische. Ne, lass mal losfliegen jetzt mal. Komm, ich habe keinen Hunger. Bist du drauf? Ja. Halt dich fest! Es geht los! Oh mein Gott! Wuuuuh, ist das geil! Ich fliege mal durch den Berg. Und? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Au! Und ist ein Loch. Ja, es ist ein Loch. Wir können alles kaputt machen. Ist das nicht schön? Ich fliege mal richtig, richtig hoch. Richtig hoch, genau. Okay. Noch höher. Hallo. Okay, weiter geradeaus. Bist du... Ah! Wo willst du denn hin? Bist du jetzt abgesprochen? Ja! What avelgy! Komm, du darfst erst mal fliegen sogar. Ich steig mal kurz ab. Flieg nur noch nicht weg. Ach so. Wow! Direkt mal unter Wasser geflogen. Okay. Wir können uns auch ertrinken und sonst was, wenn wir da draußen, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stürzen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind einfach im Void gewesen fast. Alter! Hä, wir sind im Void gewesen? Warte, ich mach mal nochmal. Oh mein Gott! Wir können unter der Welt langfliegen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä, wie episch ist das gerade? Alter! Alter! Oh mein Gott! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Junge, ich hab vier Herzen. Flieg hoch ins Wasser! Flieg ins Wasser! Zweieinhalb! Du musst ins Wasser! Ja! Wir haben nichts! Ich bin raus! Anderthalb Herzen! Oh mein Gott! Scheiß! Oh mein Gott, das wollte ich nicht! Okay, ganz kurz chillen! Du rastest ja komplett aus, Junge! Ich glaub, du sollst lieber fliegen! Ich hab anderthalb Herzen! Oh, ich voll... Ah! Moment, nicht mich rammen! Nicht mich rammen! Ja, ja, mach ich nicht! Ich hab anderthalb Herzen einfach! Ich hab wirklich leid! Hey, das war voll nice! Ja, das war voll nice, aber du bist richtig durchgetreten, ne? Ja! Junge, das war... Ja, ich bin auch... Oh nein! Boah, ich bin einfach fast gestorben! Aber gut, dass du noch ins Wasser dann bist! Ja, ich hätt auch zwei Herzen! Lass gleich mal ein Dorf suchen! Ja! Aber nicht kaputt machen, am besten! Weil, ohne Scheiß... Das war echt nice! Ja, das... Ey, das macht richtig Spaß! Ich hab so Bock auf diese Challenge gerade! Ohne Scheiß! Nein! Was machst du? Ich glaub, ich hab die Öffnung gemacht! Nein, hast du nicht! Hast du nicht! Aber fast! Du bist daneben! Ne, war absichtlich! Oh mein Gott! Ich wollte den Hund nicht... In der Tiefgarage parken! Eisen! Eisen! Ja! Hast du dich jetzt weggehauen? Oh Gott, ich hab so viel Eisen gefunden! Ja, nice! Das ist die beste Strat in der Welt! Kannst du mir helfen? Ja, ich... Kann man da einfach reinspringen oder... Ja, ja! Nein, nein, nein! Nein! Wie nennen wir ihn? Oh, braucht der einen Namen? Doch, der braucht einen Namen! Ne, aber lass mal eine Eisenspitze-Hacker machen und dann einfach auf Dias gehen! Wir können auch easy runterfliegen! Dann machen wir irgendwie so eine große Höhle, machen wir uns frei oder so! Ja, einer bleibt hinten und der andere farm die Dias-App! Ja! Okay, willst du fliegen? Okay, ich fliege! Ich bin drauf! Du kannst los! Oh mein Gott! Pass bitte ein bisschen mit Lava auf! Oh mein Gott, Erfur, ich seh nichts! Hilfe! Aber Gold! Oh mein Gott, Alter! Oh, wir sind schon auf Bedrock-Höhe, ne? Ey, wie schnell das geht! Oh mein Gott! Oh nein! Lava! Alles gut, wir überleben das! Mach mal ne kleine Höhle! Äh, heile Herzen jetzt! Junge, Junge, flieg hoch! Flieg hoch! Ah, ich flieg ganz hoch! Ich flieg ganz hoch! Ich hab anderthalb Herzen! Ein Herz! Du musst absteigen! Soll ich jetzt mal fliegen, Erfur? Ja, dir vertraue ich mich! Ah, ich vertraue dir langsam auch nicht mehr, du! So! Alles gut, er kann das! Er kann das! Ich bin vorne, du kannst drauf! Redest du grad mit dem Enderdrachen, als wär das deiner? Ist meiner! Okay, einfach bist du ready! Ja! Nochmal Dias! Ja! Boah, der ist schnell, ne? Ja, ja! Mal kurz stopp, mal kurz stopp! Ist gar nicht so einfach, ne? Wie haben wir denn jetzt? 25, bisschen gehen wir noch runter! Ja! Bisschen! Ja, oh mein Gott, es geht aber echt schnell! Hier sind Dias! Warte, warte, warte! Ich brauche sie ab, ich brauche sie ab! Oder brauche sie zu ihr? Ich brauche sie gleichzeitig ab! Ich brauche den oberen ab! Ich auch! Okay! Einen hab ich dir getroppt! Nein! Das war's! Okay, lass mal, lass mal richtig auf dir jetzt gehen, man findet die so schnell halt jetzt! Ich hab dir was! Achso, du hast mich getroppt! Ich mach jetzt einen langen Gang hier, wir sind hier auf der richtigen Höhe! Oh mein Gott! Keine gute Idee! Ich flieg hoch, ich flieg hoch! Wasser! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich lebe! Wie viele Herzen hast du? Äh, viele! Viele! Okay! Ich sag dir die Höhe immer! Jo, sag mal Höhe! 31! Okay, noch ein bisschen runter! Höhe! 17! 17! Da ist aber schon Lava! Ich flieg mal in die Richtung, ja? Einfach geradeaus! Ja, mach das! Einfach mal ein bisschen geradeaus! Und dann wieder zurück! Ja! Ich steig jetzt ab! Oh mein Gott! Da hab ich in die Lava gehauen! Okay, aber wollen wir frisch an Zwerg? Oh mein Gott, ist das laut mit dem Wasser! Soll wir dann erst auf dem Dorf gehen, essen holen? Ja! Ein Dorf kann man jetzt eigentlich gut suchen, denke ich mir, änder dran! Pass auf, du kannst nicht so gut nach unten gucken! Ich guck so ein bisschen nach unten auch, ne? Du guckst eher ein bisschen nach oben! Flieg höher! Flieg noch nicht! Ja, aber flieg ein bisschen höher, dann können wir besser was sehen, finde ich! Das ist schon geil, wie man sich höhen machen kann! Das ist halt saugefährlich! Aber man kann es schon nice so hoch machen! Aber wenn wir Fuldia wären, dann würde er auch anbieten! Ja, das stimmt! Sand ist gut, genau! Hier ist ein Tempel! Chill mal kurz! Ich hol mir den kurz, ja? Bleib kurz stehen, bitte! Wo ist der Tempel? Mach den nicht kaputt! Mach den nicht kaputt! Nein, nein, nein! Ich mach nicht absteigen, Save! Bleibst du bitte kurz stehen! Äh, ja, steig ab! Okay! Und Everett, ich muss schon mal mit zum Trainern! Oh, und Bögen können wir uns auch schon mal einsetzen! Ja, lass jetzt mal aber trotzdem ein Dorf so erst mal wieder! Aber wenn wir ihn töten, haben wir einfach ein leichteres Leben! Weil er ist mir zu stressig! Das stimmt! Wir müssen ihn füttern, Wasser geben! Wir packen mal hier ein bisschen früher, ja? Ja, tschüss! Und nachher will ich mit dem Endertrache durchfliegen, wenn wir durch sind, okay? Alles kaputt! Ja, alle drücken! Haha, alle drücken! Ja, lass auf, jetzt einfach nur Pfeile und Bögen holen! Und dann, uns Dia-Sachen machen schon! Hast du schon? Ja! Okay, dann trainen wir einfach ein paar Pfeile, dafür brauchen wir nicht viel Holz! Dann gehen wir auf Dia, würde ich sagen! Und dann gehen wir jetzt schneller! Okay, dann holen wir jetzt noch ein paar Pfeile! Komme, ich komme, ich komme! Und du kriegst die Ender-Pferle! Hab' ich?! Stimmt, ich habe einfach eine Ender-Pferle! Du klaust mir einfach alles! Wollen wir ein neues doch, weil das sind so viele Mobs! Neee! Neee! Willst du das wirklich hier trainen? Sind hier überhaupt noch welche Leben? Nein, lass doch einfach kurz, also, die Exe machen! Die Exe machen! Ja, können wir auch! Aber dann komm jetzt! Bist du drauf? Ja! Weg hier! Lass doch kaputt machen! Ja, okay! Ganz wichtig, ne! Okay! Haha! Ja! Village, Alter! So! Die Zombies machen den Rest! Dann gehen wir jetzt einfach auf Dia! Scheiß auf alles, oder? Stopp! Oh mein Gott! Wir sind auf Bedrock! Wir haben hier einen Gang! Und ich halte jetzt an! Jetzt können wir absteigen, glaube ich! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ja! Okay! Das ist ein Gang nach meinem Geschmack! Dann schauen wir mal auf Dia's hin! Ist das die richtige Höhe? Ja doch! Okay, hast du mal was gefunden? Ja! Ja! Vier mindestens! Nice! Ich glaube, da waren bestimmt mehr, aber die haben wir abgebaut! Okay, vier Dia's haben wir jetzt schon mal! Wie viele Dia's hast du jetzt? Manche mögen es heiß! Ja, keine! Bist du gerade einmal in die Lava gesprungen und verreckt? Ja, Frau! Ich fink einfach hoch! So! Ich bin's drauf! Ich bin raus wieder! Ich komme zu 00, ne? Hast du gesagt! Genau! Du solltest mich gleich sehen! Bist nicht genau unter mir, oder? Nee! Okay, gut! Ich halte jetzt mal an! Na gut! Wo bist du hin? Hier! SOS! Okay, das ist nice! Das muss ich dir lassen! Das gefällt mir! Reste dich! Da unten die zwei Zombies und er so Hilfe! 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 Okay, warte, ich fliege unter dich und dann kannst du drauf, glaube ich! Okay! Es tut so weh! Es tut so weh! Okay! Achtung! So! Die Zombies sind weg! Ich bin drauf! Ich bin schon drauf! Und weg hier! Schnell! Ich dachte, wir suchen jetzt nochmal schnell ein Dorf! Ich habe zwei Herzen! Zwei Herzen! Dann würden wir kurz anhalten! Da ist ein Dorf! Lass uns ein Dorf anhalten! Dann haben wir den Gohlen und so! Bist schon abgestiegen? Ja! Ja, hast recht! Aber das war noch nicht so gemeint! Bist du in der Wüste? Ich bin vorm Dorf! Mann! Okay! Da sind Kühe! Ich seh' dich! Hallo! Ah! Essen! Ja! Gib mir Essen! Sehr gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie nennen wir ihn? Shabbard! Okay! What the fuck? Ich leih mir Shabbard kurz aus! Leih dir Shabbard! Ein richtig schäbiger Shabbard, Alter! So! Weil ich und Shabbard haben was gefunden! Was habt ihr gefunden? Jaja! Das wird dir Shabbard gleich erzählen! Haha! Der kann doch gar nicht reden! Oh kacke! Ja, dann muss ich's jetzt! Ja, Schatz! Wir haben Sandtapel gefunden! Oh! Nicht schlecht! Okay! Ich crafte jetzt mal kurz was hier! Wir machen einen Deal! Ich zerstör nur den Kirchentor! Ähm! Ja! Äh! Vorsicht bei der Kirche! Wir brauchen den Typen der da drin chillt! Also die Bank meine ich! Haha! Ganz entspannt! Ich glaub der ist mit dem ganzen Turm mitgeflohen! Ja! Schade! So! Er tradet direkt richtig! Guck mal wie geil! Ich komm's drauf und dann fliegen wir zum... Oh! Ja! Bin drauf! Kannst du vorsichtig sein! Ich hab Angst! Ich hab nicht so viel Rüstung wie du! Haha! Oh Gott! Oh Gott! Lava! Ja! Ist das ein See? Ja! Flieg ein bisschen höher! Ja! Schön! Ich seh nichts mehr! Schön! Das ist ein See! Was hast du... Okay! Was hast du... Ich komm mir nicht klar mit der fließenden Lava an! Okay! Was machen wir jetzt? Ich geh mir jetzt ein Wasser holen grad! Tatsächlich! Kein Wasser mehr! Du hast dein... Du hast dein Wasser kaputt gemacht? Ne! Ich hab's unten vergessen! Ich komm jetzt runter! Mach das! Ah ja! Da ist es! Okay! Nice! Dann gehen wir ganz normal ins Portal rein! Nein! Wir gehen mit dem Drachen rein! Ja! Kommst du drauf? Wegen der Lava oder soll ich woanders hin? Nein! Nein! Das ist gut! Bist du drauf? Ab ins Nether-Portal mit dem Ender-Drache! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen! Ich halt kurz an! Stopp! Stopp! Ich halt kurz an! Hier ist ne Nether-Festung! Da! Ne Nether-Festung direkt? Ja! Da vorne! Oh ja! Stimmt! Da! Der Ender-Drache hat sogar nicht... Ist er hingespuckt, ne? Da ist es! Genau da! Aber vor allem, ne? Wenn wir sonst spielen! Wenn wir normal laufen müssen! Dann ist es immer am Arsch der Welt! Und jetzt... Können wir mit dem Ender-Drachen einfach mega easy traveln! Und dann ist es genau hier einfach! Wärts jetzt spannend bleiben! Ich guck auch rum hier! Na, ich hab einen Spawner gefunden! Ah, da! Reicht euch gleich! Bisschen runter! Bisschen runter, oder? Nein! Nicht absteigen! Absteigen? Absteigen? Ich glaub schon! Ich bin drunter, ja! Shepard beruhigt dich! Oh, ich hab eine! Nice! Oh mein Gott! Shepard hat mich weggebebert! Bin ich ja auch nicht alleine! Weil du brauchst meine Hilfe! Sammelst du die ein?! Alter! Ich hab vier und du fünf! Und du? Ich hab zwei! Ja! Wie viel hast du gerade hier Gold? Ist eher die Frage! Scheiße, Alter! Ja, mach du mal! Ich esse! Ey! Wir müssen jetzt nur noch raus! Wir sind fertig! Oh mein Gott! Der schießt! War geil! Bin drauf! Zum Portal! Du fliegst! Ich fliege! Scheiße! Wo war das Portal? Ich flieg erstmal los! Oh mein Gott! Ich ramm dich! Das ist das Portal! Ich flieg einfach rein! Ich bin drin! Oh mein Gott! Wir sind wieder im Dorf! Wir sind einfach oben gespawnt! Wir sind einfach oben gespawnt! Ja! Warum auch immer! Keine Ahnung! Weil Chevy zu groß ist! Stimmt! So! Wir müssen jetzt hier tatsächlich wieder weiter traden! Also eigentlich gar nicht so verkehrt, dass wir hier sind! So! Parken! Willst du mich abholen? Wir holen uns ein neues Dorf! Weil hier sind nur anderthalb Dorfbewohner! Und die werden nicht mehr arbeitslos! Jo! Ich bin gleich da! Ah doch! Ich hab grad noch zwei! Moment! Ich probier die noch aus! Der wird auch nicht mehr arbeitslos! Die sind gleich alle Fallmacher hier! Werde doch jetzt arbeitslos! Es sind nur noch Fallmacher da! Die werden nicht mehr arbeitslos! Ich hab jetzt drei Fallmacher hier! Ich bin mit im Dorf! Hier! Wow! Du spuckst die gerade aus! Oh nein! Oh mein Gott! Bleib steh! Bleib steh! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Oh mein Gott! Ah hier ist ein Zauberbein! Dann lande ich hier mal! Sachte! Sanft in der Mitte! Zack! Nein! Nicht so dicht! Er vor wurde! So! Und? So ist gut! Achtung! Zündung! Dann fliegen wir müssen! Ja! Mir drauf! Ach ich fliege! Schade ne? Wir müssen ein neues Dorf suchen! Richtig? Ja! Na los! Hallo Pferde! Nein! Hau auf! Hau auf! Ich fliege weiter! Ich hab nichts gesehen! Es hat überlebt! Hat überlebt! Hast du nochmal geguckt extra? Ja! Also das ist einer auf jeden Fall! Da ist ein Dorf! Ist da ne Kirche? Ne! Brauchen wir aber auch nicht! Nicht die Villager töten! Einfach nur! Ich park mal hier so daneben! Ich bin schon abgestiegen! Achso! Ok! Ich bin mal safe hier! Obwohl die Bock haben mit uns zu traden! Wenn wir mit einem Ender dran ankommen! Obwohl die sollten besser Bock haben! Ja! Sonst kriegen die ein Problem! Hier ist einer! Den nehm ich mit! Hau auf! Er tradet richtig! Ist das nicht schön! Ich tradet jetzt meine Emirates! Ich kann ja hier einen Cleric auch machen! Wurde den hier einbauen! Nein! Er ist wieder raus! Mann! Er hat gar keinen drauf! Wow! Oh mein Gott! Du hast mich hochgehauen! Oh! Das wollte ich nicht! Alter! Ich hab mich voll erschreckt! Ich hab's erstmal gar nicht gecheckt was los ist! Hast du gerade gehauen? Ich glaube ich habe ihn! Warte kurz! Warte kurz! Du hast ihn nicht! Junge! Oh nein! Bitte lass es! Wir machen das manuell! Warte! Warte! Wenn ich ihn hier reinschubse dann haben wir ihn! Ja! Siehst du Dankeschäft hat! Du hast es wieder mal geschafft! Du hast es wieder mal geschafft! Du hast es wieder mal geschafft! Ja nice! Steck auf! Ja! Flieg noch nicht los! Wenn ich jetzt sterbe bin ich traurig! Ich sitz drauf! Flieg! Ja! 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 Das ist der Cleric von Polen! Wie viele Enderperlen hast du nochmal? Äh... Zwölf! Enderungen! Na gut! Das sollte hoffentlich reichen! Wenn nicht haben wir ein Problem! Flieg ein bisschen hoch! Und dann bleibst du stehen! Machst du? Ja! Sammelst du ein! Ich hab geworfen! Ich sehe es nicht! Da! Da! Links! Ist kaputt gegangen! Wollen wir nochmal werfen? Ähm... Ja! Achtung! Flieg zurück! Jetzt ist die Frage wie weit, ne? Ist es... Ist es... Ist es... Ist es... Nein, nein, nein! Da haben wir ein Loch! Hinter dem Loch! Ja, ja! Wow! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, warte! Soll ich... Flieg kurz weg da halt! Der Creeper ist nicht schlimm! Du bist das Problem! Sorry! Aber... Hahaha! Nicht du, aber Shepard macht halt! Schwierigkeiten! Hast du? Nee! Das ist irgendwie nicht mehr da! Ah doch, da ist es in der Ecke! Ich hab's! Danke! Dann steig ein! Mit drauf! Werfen wir mal? Woll ich nochmal werfen? Hey, ich sehe sie nicht! Es ist hier unten irgendwo! Es ist... Es ist... Hier ist gut zu wohnen, bitte! Hättest du dich auch einfach mit dem Drachen einsammeln können? Bisschen nach vorne laufen? Ist es ins Loch gefallen oder? Nein! Ich hab's! Ich hab's! Ich laufe jetzt mal! So, wo fliegt die hin? Hier flieg die hin! Das ist... Osten! Die ist getroppt! Ich werfe nochmal! Oh! Es fliegt zurück, tatsächlich! Hier schon! Dann ist es in der Nähe! Ja! Oh, es ist kaputt gegangen! Ach, ne! Es muss ungefähr hier sein! Ja, warte, warte, warte! Links, links, links! Hier bei dem Wasserlöchern müsste es... oh mein gott hier muss es ungefähr sein schätze ich mal hier unten ja ungefähr halt ne ja ja das was ich jetzt nices runter gehen ja ich steig ab ja gut es geht theoretisch soll es nicht kaputt gehen mit dem drachen das ist alles kaputt ich überlege gerade oder war es da ja ich steig mal gleich ab habe ich gerade gesagt ist nicht schlimm ich fliege mal kurz ein bisschen weiter ja oh mein gott muss kurz essen muss kurz erst nicht auf alle herzen und wenn du gleich noch mal irgendwo entspannter parks dann halt mal an der laufe doch zu fuß oder ich finde es anstrengend dass der ender die ganze zeit enderscheiß spucken muss drachen da sind die erst ich steig ab ja kann ich absteigen ja dann hast du eh schon geholt oder hier liegen eisenschuhe danke gott hä kiste kaputt gemacht nice ich habe noch ein ende auge perle und eisen okay ich hab's ja hier wo bist du und wie viele sind drin 0 das heißt wir haben eine eine perle zu wenig hast du noch eine perle keine einzige ich habe noch zwei perle die noch zu augen machen ich habe schon einen rausgeholt wir brauchen eine perle du hast eine perle oh mein gott oh mein gott oh mein gott wo bist du irgendwo oh ich sehe dich bleib stehen bitte bleib stehen wo mich ab ich bin drauf flieg weg hier ist viel zu viel los flieg weg ich habe ein buch bekommen warum habe ich ein buch bekommen gerade reparatur buch ich abspringen das drachen atem unter uns ist drachen atem ach so du kannst vorsichtig weg fliegen ja ok vorsichtig geht nicht ich sehe es schon ja weil da komme ich wieder drauf kommen wieder zurück es ist direkt hier eigentlich ich bin drauf wie zum portal aber ich wo war ich überhaupt ich weiß nicht mehr wo ich war da ja da ist es ok bin noch nicht abgestiegen warte warte ich bin noch nicht abgestiegen erwarte ich sehe nichts mehr ja ich traue mich ehrlich gesagt nicht zu springen und dann drauf zu setzen weil dann muss es mich wieder weg mit drauf hier kann ich absteigen sicher mein gott ist auch alles kaputt außer das portal so oh gott du schießt da hoffe ich nicht auf mich ok portal schon mal aktiviert ok wir machen jetzt ja los erwandt ihr erwandt bist du drauf ja nicht mich hauen bitte danke das portal war hier bei dem wasser genau das heißt wo genau was hinter dem wasser hier unten ja ich sehe es aber ich muss langsam machen weil das ein bisschen buggy ist mit liebe muss man mit liebe packen jetzt hier ein nicht so ne hallo mit liebe da ist liebe oh mein gott wir sind endlich im end endlich ja wo ist der bruder da ist der bruder ich hau ihn ich mach dich weg junge oh mein gott hat mich erwischt ok würde ich sagen die dinger treffen können wir von dir aus schießen ich glaube nicht so gut war das was geht doch gar nicht ausgericht zu meinen bogen ja ich kann aber ich glaube nicht so richtig weil ich so gut laufen warte doch ich kann ja auch ist ja richtig es geht ja mega geil dann warte mal ich fliege hierhin auch eins zu schießen warte ja ja es geht ja mega easy ja voll nice oh mein gott muss ich weg ich habe kein essen mehr jetzt ich regel ab jetzt nicht mehr ist einfach ein gold apfel ich habe gar nichts mehr was machst du eigentlich wieso lässt sich aber da war das fliegt nicht in die mitte bitte in der mitte ist gerade der andere ich mach das zu scherpi geh weg geh weg renn weg renn weg renn weg wieso denn junge deswegen oh mein gott oh mein gott Achtung oh mein gott ich fliege ich habe zwei herzen ich kriege den hier halt immer noch nicht er muss jetzt in die kommt in die mitte weil scheppert da rumchillt er kommt runter richtig gut abschießen hast du heul ich haus da drauf oder ja ohne das ist ein loch dieses hier loch habe ihn habe ihn zack jo wir haben wir haben es scheppert ja scheppert